Wir sind hier im Sachsenheim in der Nähe von Kalahari und ich stelle mir unser Mobil vor. Wenn ich hier so rumgehe, kann man hier reingucken, da steht meine Waschtasche und sowas. Hier oben geht es ins Schlafgebach. Geht kein etwas an. Hier hinten rum haben wir verschiedene Speichermöglichkeiten für Speisen, Holz, Trinkwasser. Hier drüben ist die Küche. Wunderbar mit Weingläsern und mit allerlei Gewürzen, Pfannen und ähnlichen Sachen. Hier ist das Wichtigste überhaupt, das Herzstück quasi, ist das hier, das Herzstück. Das ist Deckelschrank mit Getränken drin, Bier. Hier drüben ist das Fleisch und noch mehr Bier. Und hier ist der Arbeitsplatz des Piloten und der Navigatorin. Sachsenmilch, Sachsenheim, das passt auch wohl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fünf von Völfzig Fünf von Völfzig Lötiger Ort Fünf von Völfzig 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 Abfalt Fünf von Völfzig 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 Musik 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 Halbzeit ist jetzt hier. Wir leben noch. Was mussten wir nicht alles überstehen und leben noch. Das ist der Leopard. Da hinten. Leo ist da hinten. Brötchen. Und hier gibt es Olex Carpaccio. Nicht so gut wie beim Wern, aber reicht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020